Nur 18 Zentimeter, das kann also absolut. Marie Merit Plesse von der VfL Eintracht Hannover, 1171 im ersten Versuch. Jetzt am Start beim Dreisprung, das ist Marie Merit Plesse von VfL Eintracht Hannover. Das Gebergedorf steht bereit für ihren dritten Versuch und das ist die aktuell führende. Also, Marie Merit Plesse muss sich keine Gedanken mehr machen. Da macht das Publikum jetzt auch immer besser mit. Das ist im Sinne der Dreispringerinnen. Jetzt schauen wir auf Merit Marie Plesse von VfL Eintracht Hannover. Ja, 90, der fünfte Versuch auch für sie ungültig. Und damit sind wir im sechsten Durchgang um den deutschen Meistertitel. Marie Merit Plesse von VfL Eintracht Hannover trifft das Brett auch gut und setzt. Unter ihrer persönlichen Bestleistung und beendet den Wettkampf hier in Dortmund auf Platz 8. Untertitelung aufgrund dervinge ZDF, Dirk Kvist, Dirk Kch. Oder auch die Beidekann beindet den Wettkampf hier in der Audioqualität nicht möglich ist.